In diesem Video werden wir uns mit den thermodynamischen Grundlagen beschäftigen, die man benötigt, um ein Gas- und Dampfkraftwerk, also ein sogenanntes GUD-Kraftwerk, verstehen zu können. Was ist die Idee eines Gas- und Dampfkraftwerks? Man nutzt die Prozesse eines Gaskraftwerks und eines Dampfkraftwerks kombiniert beide, um den Wirkungsgrad dieses Kraftwerks zu steigern. Die Idee ist, dass man einmal das Gaskraftwerk hat mit einem Generator, der aus der Verbrennung des Erdgases Strom erzeugt und die heißen Abgase am Ende der Gasturbine oder am Ausgang der Gasturbine werden genutzt, um diese dann über einen Wärmetauscher in den Dampfkreislauf zu bringen, um mit dem heißen Abgas Wasser zu erhitzen, zu verdampfen und mit dem Heißdampf eine Turbine anzutreiben. Das Grundprinzip, was bei Kraftwerken immer genutzt wird, ist, dass man ein Temperaturgefälle hat. Wir haben auf der einen Seite die hohen Abgastemperaturen aus dem Gasturbinenkraftwerk, die deutlich über den Temperaturen liegen, die bei einem Kessel vorliegen, wenn man ein Kohlekraftwerk hat. Und auf der anderen Seite, nach dem Kondensationsprozess, nach dem Kühlprozess, haben wir deutlich niedrigere Temperaturen als die Abgastemperatur einer Gasturbine, wenn das Gas abgekühlt ist, dass man diese Temperaturdifferenz nutzen kann, um den Wirkungsgrad zu erhöhen und damit deutlich mehr Energie zu gewinnen aus dem Gesamtprozess, als wenn beide Prozesse einzeln betrachtet werden. In dieser Abbildung erkennt man den prinzipiellen Aufbau eines Gas- und Dampfkraftwerkes. Auf der linken Seite ist der Gaskraftwerksteil dargestellt. Die rechte Seite stellt das Dampfkraftwerk dar. Gekoppelt sind beide Kraftwerksteile über den Abhitzekessel. Links wird Frischluft und Erdgas zugeführt in dem Gaskraftwerksteil mit dem zentralen Element der Gasturbine. In der Brennkammer wird dieses Gas-Luftgemisch entzündet, verbrannt. Dadurch entstehen sehr hohe Temperaturen, sehr viel Energie, die die Gasturbine antreibt, in Rotation versetzt. Und diese Rotation treibt einen Generator an, der den Strom erzeugt. Das sehr heiße Abgas wird dann in den Abhitzekessel geleitet. Und über einen Wärmetauscher wird diese Wärme aus dem Abgas an den Dampfkreislauf übertragen. Wir haben hier das Wasser unter hohem Druck, das über den Wärmetauscher die Wärme des heißen Abgases aus der Gasturbine aufnehmen kann. Das Wasser verdunstet. Wir bekommen heißen Dampf und dieser Heißdampf wird durch eine Dampfturbine geleitet, dass der Dampf durch Expansion und Abkühlung die Energie abgeben kann auf die Turbine. Die Turbine wird in Rotation versetzt und treibt einen Stromgenerator an. Und dann wird der heiße Dampf nach dem Durchlauf durch die Turbine in den Kühlprozess geleitet. Das heißt, der Heißdampf wird kondensiert durch die Zuführung von Wasser aus einem Fluss zum Beispiel, um am Ende des Prozesses wieder flüssiges Wasser zu erhalten, um dieses Wasser erneut in diesen Kreisprozess geben zu können. Das heißt also, was man erreichen kann durch diese Kombination, dass man die Abwärme, die im Gasverbrennungsprozess entsteht, nutzt, um daraus das Dampfkraftwerk zu speisen. Das heißt, statt des Antriebs durch die Verbrennung von Kohle oder die Kernspaltung, wird in dem Fall das Wasser verdampft durch die Nutzung des heißen Abgases. Um die Funktionsweise eines GUD-Kraftwerks zu verstehen, schauen wir uns als nächstes die zugehörigen thermodynamischen Prozesse an. Wir haben auf der einen Seite den Dampfturbinenprozess, bei dem überhitzter Wasserdampf aus dem Verbrennungsprozess in einem klassischen Kohle- oder Kernkraftwerk durch die Turbine geleitet wird. Im Fall eines GUD-Kraftwerks kommt die Wärme aus dem Abgas und dem Wärmetauscher, der die Wärme in dem heißen Abgas dazu nutzt, das Wasser zu verdampfen. Der Wasserdampf verlässt die Turbine nach dem Durchlaufen mit etwa 50 Grad Celsius bei etwa 0,1 Bar Druck. Der zugehörige Kreisprozess ist der Clausus-Rentine-Prozess. Auf der anderen Seite, in der Gasturbine, im Gaskraftwerk, wird Luft durch einen Verdichter angesogen. Der Treibstoff bei einem Gaskraftwerk ist das Erdgas. Der Prozess lässt sich grundsätzlich aber auch mit flüssigem Treibstoff antreiben. Er wird beigemischt und verbrannt. Dabei entstehen sehr hohe Temperaturen bei den Verbrennungsgasen von etwa 1200 Grad Celsius. Diese treiben die Turbine an, die den Generator antreibt, der den Strom erzeugt. Die hohen Temperaturen führen dazu in dem Prozess, dass man mit einem sehr hohen Wirkungsgrad in dem Gaskraftwerk arbeiten kann. Die Abgase werden dann bei dem GUD-Kraftwerk in den Dampfturbinen teilgeleitet, um das Wasser zu verdampfen. Der zugehörige Kreisprozess bei der Gasturbine nennt sich Joule-Prozess. Beim GUD-Kraftwerk werden beide Prozesse miteinander kombiniert, um den Gesamtwirkungsgrad des Systems zu erhöhen. Um die Kreisprozesse in einem GUD-Kraftwerk verstehen zu können, erfolgt zunächst eine Wiederholung der Entropie und des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass bei allen von selbst Ablaufenden, d.h. irreversiblen Prozessen, die Entropie stets nur zunehmen kann. Für die Entropie lassen sich einige Eigenschaften identifizieren, dass sämtliche Prozesse in der Natur nur unter Entropiezunahme ablaufen und die Gesamtentropie des Systems, d.h. des Universums, einem Maximum entgegenstrebt. Die zweite Eigenschaft ist, dass jeder warme Körper, der eine Temperatur hat, über 0 Kelvin Entropie enthält. D.h. also, dass die Entropie eine mengenartige Größe ist und der theoretisch kleinste Wert der Entropie im Absolut-Nullpunkt 0 Joule pro Kelvin wäre. Die Einheit der Entropie sind Joule pro Kelvin, also Energie pro Temperatur. Die Aussage, dass die Entropie im Absolut-Nullpunkt verschwindet, wird als dritter Hauptsatz der Thermodynamik bezeichnet. Diese Eigenschaft wird in einem weiteren zentralen Satz der Thermodynamik zusammengefasst. Was man auch feststellt, ist, dass bei steigender Masse oder höherer Temperatur eines Körpers, die in dem Körper enthaltene Entropie anwächst. D.h. also, ein weiterer Leg, dass die Entropie eine mengenartige Größe ist, eine Art der Energie ist, die mit der Masse, aber auch mit der Temperatur, unter anderem des Körpers, verknüpft ist. Was man auch feststellt, ist, dass wenn zwei Körper mit einer unterschiedlichen Temperatur zusammengebracht werden, d.h. also, ein heißes Gas und ein kaltes Gas werden zusammengebracht, dann stellt man natürlich fest, dass sich mit der Zeit die Temperaturausgleich, die hohe Temperatur sich verringert und das Gas mit der niedrigen Temperatur sich erwärmt. Dabei strömt die Entropie von den Bereichen der höheren Temperatur zu den Bereichen der niedrigen Temperatur. D.h. also, die Temperaturdifferenz ist ein Antreiber für die Entropieänderung. Gleiches gilt auch, wenn es unterschiedliche Konzentrationen vorbei bei Stoffen gibt oder eine chemische Reaktion abläuft, dass auch da die Entropieänderung erfolgt, wenn unterschiedliche Konzentrationen z.B. vorliegen. Entsprechend der Definition des zweiten Hauptsatzes, dass die Entropie stets nur bei von selbstablaufenden Prozessen zunehmen kann, ergibt sich, dass die Entropieabnahme eine Energiezuführung von außen erfordert. D.h. also, wenn in einem abgeschlossenen System die Entropie kleiner werden soll, muss von außen Energie zugeführt werden. Daraus folgt, dass Prozesse von selber niemals rückwärts ablaufen, es sei denn, es wird von außen Energie zugeführt. D.h. ein einfaches Beispiel ist natürlich bei einer Kaffeetasse z.B. mit heißem Kaffee. Der Kaffee kühlt aus, wenn die Kaffeetasse im Raum steht. D.h. also, es gibt einen Temperaturausgleich. Wir haben eine Entropieänderung. Die Entropie nimmt zu in dem Gesamtsystem Kaffeetasse plus Raum. Was nie von selber passieren wird, ist, dass der Kaffee sich in der Kaffeetasse von selber erwärmt, Wärme aus der Umgebung aufnimmt, der Raum abkühlt und dadurch den Kaffee erhitzt. Diesen Prozess können wir nur dadurch erzeugen, indem wir von außen Arbeit leisten oder Energie zuführen. Das bedeutet also, wir müssen den Kaffee erwerben durch eine externe Wärmequelle. Das ist ein Prozess, der von selber nicht ablaufen wird. D.h. also, was kann man damit festhalten? Dass die Entropie ein Energieträger ist und dass Entropieströme immer auch mit einem Energiestrom verbunden sind. Und ein sehr nützliches Hilfsmittel in der Thermodynamik ist die Nutzung eines TS-Diagramms, also eines Diagramms, bei dem die Temperatur und die Entropie auf den beiden Achsen dargestellt werden. Klassischerweise nutzt man in der Thermodynamik das PV-Diagramm, bei dem das Volumen auf die X-Achse und der Druck auf die Y-Achse dargestellt werden. Das lässt sich übertragen in das Diagramm, dass die Temperatur auf der Y-Achse aufgetragen wird, die Entropie auf die X-Achse. Und dann lassen sich die Zustandsänderungen, die man in der Thermodynamik betrachtet, übertragen aus dem PV-Diagramm in das TS-Diagramm. Der Vorteil ist, dass man bei dem TS-Diagramm neben der Arbeit auch die Wärmemenge ablesen kann, die aufgenommen oder abgegeben wird. Das ist beim PV-Diagramm nicht möglich. Das PV-Diagramm oder Flächen im PV-Diagramm entsprechen immer nur geleistete Arbeit. Man sieht auf der linken Seite die fünf verschiedenen Zustandsänderungen. Die isobare Zustandsänderung, also konstante Temperatur. Die isochore, konstantes Volumen. Dann haben wir die Isotherme in lila, das heißt also Entropiezustandsänderung bei konstanter Temperatur. Wir haben die isentrope Zustandsänderung, die definiert ist als die Zustandsänderung, bei der keine Wärme mit der Umgebung ausgetauscht wird. Und dann haben wir die polytrope Zustandsänderung in blau, die natürlich davon abhängt, oder der Verlauf der Kurve hängt natürlich von Polytropen-Koeffizienten ab. Die Kurve kann deutlich flacher oder steiler sein. Das hängt halt davon ab, um welchen genauen Prozess es sich handelt. Auf der rechten Seite ist nun die Übertragung dieser fünf Zustandsänderungen in das TS-Diagramm dargestellt. Es ergibt sich ein etwas anderer Verlauf der Kurven. Wir haben die Isotherme-Zustandsänderung in lila, das heißt also konstante Temperatur. Das wird dann hier die Gerade. Das ist hier im PV-Diagramm eine Hyperbel. Im TS-Diagramm wird daraus natürlich eine Gerade. Wir haben die isentrope Zustandsänderung, die in dem Fall nun parallel zur Temperaturachse, senkrecht zur Entropieachse ist. Das liegt daran, dass die Entropieänderung definiert ist als die Änderung der Wärme dQ durch T. Also wie ändert sich die Wärme bezogen auf die Temperatur. Und wenn es keinen Wärmeaustausch mit der Umgebung gibt, das ist ja die Definition der isentropen oder adiabatischen Zustandsänderung in grün, ergibt sich natürlich auch, dass die Entropie sich in diesem Prozess nicht ändert, sodass wir dann einen Kurvenverlauf bekommen, der senkrecht zur Entropie hat. Des Weiteren müssen natürlich die Kurven zu der isobaren und isokoren Zustandsänderung übertragen werden. Die isobare, also die horizontale Zustandsänderung im PV-Diagramm, führt zu einer flachen Steigung im TS-Diagramm, während die isokore, das heißt also die vertikale Zustandsänderung im PV-Diagramm, dazu führt, dass wir einen steileren Kurvenverlauf bekommen im TS-Diagramm. Und schließlich in blau die polytropen Zustandsänderung im TS-Diagramm, die erneut, und die Steigung hängt natürlich erneut davon ab, wie der polytropen Koeffizient aussieht. Hier sind noch einmal die vier Zustandsänderungen dargestellt, die in der Thermodynamik betrachtet werden. Wir haben auf der linken Seite oben die isobare Zustandsänderung, die übertragen wird vom PV in das TS-Diagramm. Oben rechts ist die isokore Zustandsänderung dargestellt, haben wir unten links die isotherm, und unten rechts die isentrope oder adiabatische Zustandsänderung. Jeweils zu erkennen ist, wie die Übertragung vom PV-Diagramm in das TS-Diagramm aussieht. Wir haben zunächst bei der isobaren Zustandsänderung, also der Zustandsänderung bei konstantem Druck, die Übertragung in das TS-Diagramm, das heißt also in dem Fall eine Vergrößerung der Temperatur, eine Vergrößerung der Entropie, dadurch, dass bei konstantem Druck das ideale Gas expadiert wird. Man sieht auch, dass die isobare Zustandsänderung flacher verläuft, als die isokore im TS-Diagramm. Die isokore ist hier als gestrichtete Linie eingezeichnet. Was man nun noch machen kann, ist, die Ableitung dieser Gleichung wird an dieser Stelle nicht gemacht. Dazu verweise ich auf die Vorlesung zur Thermodynamik. Man kann die Entropieänderung dieses Prozesses berechnen, aus der Molzahl der molaren Wärmekapazität bei konstantem Druck, das ist gemeint mit diesem CP, und dann dem Logarithmus aus dem Verhältnis der Volumina beziehungsweise aus dem Verhältnis der Temperaturen, lässt sich berechnen, wie groß der Zugewinn an Entropie ist bei einer isobaren Zustandsänderung. Analog bei der isokoren Zustandsänderung, das heißt also konstantes Volumen, wir erhöhen den Druck bei konstantem Volumen. Was passiert im TS-Diagramm? Wir haben einen Verlauf im TS-Diagramm, der steiler ist als bei der isobaren Zustandsänderung. Die Fläche unter der Kurve stellt die zugeführte Wärmemenge dar, in dem Fall, und auch hier lässt sich die Entropie berechnen aus der Molzahl der Molaren Wärmekapazität bei konstantem Volumen, in dem Fall, und dem Logarithmus aus dem Verhältnis der Drücke beziehungsweise aus dem Logarithmus der Temperaturen lässt sich diese Entropieänderung in dem Fall einer isokoren Zustandsänderung bestimmen. Dritter Fall ist die isotherme Zustandsänderung, das heißt also konstante Temperatur. Wir sind auf dieser Hyperbel im PV-Diagramm. Das ergibt natürlich eine horizontale Linie im TS-Diagramm. Wir erhöhen die Entropie, in dem Fall, bei konstanter Temperatur. Wir haben eine Expansion des idealen Gases bei konstanter Temperatur. Der Druck verringert sich, das Volumen vergrößert sich. Was man hier jetzt nun machen kann, ist, man kann auch in dem Fall die Entropieänderung berechnen als Produkt aus der Mohlzahl, der idealen Gaskonstante und dem Verhältnis der Volumina oder dem Logarithmus des Verhältnisses der Volumina beziehungsweise aus dem Logarithmus der Druckverhältnisse vor dem Zustand und nach der Zustandsänderung, sodass sich daraus dann diese Fläche ergibt und dass man daraus dann die Entropieänderung brechen kann und daraus dann auch die zugeführte Wärmemenge in dem Fall bestimmen kann. Im letzten Fall bei der Isentropen- beziehungsweise adiabatischen Zustandsänderung. Wir haben keinen Wärmeaustausch mit der Umgebung. Physikalisch normalerweise dargestellt, dass der Prozess sehr schnell abläuft. Das heißt, das System ist zu träge, um Wärme an die Umgebung abzugeben. Wir expandieren unser ideales Gas. Was bedeutet das in dem Fall für die Übertragung in das TS-Diagramm? Wir haben eine vertikale Linie. Wir reduzieren die Temperatur ohne Änderung der Entropie. Dadurch, dass sich die Wärmemenge nicht ändert, ändert sich auch nicht der Entropiegehalt des Systems. Delta S ist in diesem Fall natürlich null. Der Kanotkreisprozess als Musterkreisprozess in der Thermodynamik lässt sich ebenfalls von der PV-Darstellung in die TS-Darstellung übertragen. Auf der linken Seite ist der Kanotkreisprozess im PV-Diagramm dargestellt. Wir haben eine isotherme Expansion des idealen Gases, dann eine isentrope Expansion, im Anschluss eine isotherme Kompression und eine isentrope Kompression, sodass wir dann wieder im Ausgangszustand ankommen. Vom Zustand 1 zum Zustand 2. Während der isothermen Zustandsänderung wird Wärme von außen zugeführt. Von 2 nach 3 gibt es keinen Wärmeaustausch mit der Umgebung, da es sich um eine adriabatische Zustandsänderung handelt. Von 3 nach 4 wird dem System Wärme entzogen während der isothermen Zustandsänderung und dann von 4 nach 1 eine isentrope Kompression. Wir haben keinen Wärmeaustausch mit der Umgebung und kommen wieder im Ausgangszustand an. Der Prozess läuft bei zwei unterschiedlichen Temperaturniveaus ab. Einmal bei einer hohen Temperatur im Zustand 1 und 2 und dann gibt es ein zweites Temperaturniveau, das niedrige Temperaturniveau im Zustand 3 und 4. Auf der rechten Seite ist nun die Übertragung dieses Kreisprozesses in das TS-Diagramm dargestellt. Dadurch, dass wir zwei isotherme und zwei isentrope Zustandsänderungen haben, bekommen wir ein Rechteck. Das heißt, von Zustand 1 nach Zustand 2 haben wir eine horizontale Linie. Dadurch, dass wir das Gas isotherm, also bei konstanter Temperatur, expandieren, dann erfolgt die isentrope Zustandsänderung zum Zustand 3. Die Temperatur verringert sich bei konstanter Entropie. Wir haben keine Wärmeabgabe. Delta Q ist 0, damit ist auch Delta S gleich 0. Dann wird das Gas isotherm komprimiert bei der niedrigen Temperatur und im Anschluss wird der Kreisprozess geschleust durch eine isentrope Kompression. Wir haben keinen Wärmeaustausch und damit auch keine Änderung der Entropie in dem idealen Kanot-Kreisprozess. Die eingekreiste Fläche dargestellt durch diese scharfiert oder punktierte Fläche, das ist die Arbeit, die der Prozess leisten kann in dem Fall. Die Flächen sind natürlich gleich groß und die lässt sich sehr einfach ablesen im Fall eines TS-Diagramms, da sich die Arbeit, die das System leisten kann, ergibt aus der Fläche des Rechtecks, das heißt also die Länge der beiden Kanten. Das heißt also, um die Arbeit zu berechnen, muss man lediglich wissen, wie groß ist die Entropieänderung von 1 nach 2, multipliziert mit der Temperaturänderung von 2 nach 3, um daraus dann die Gesamtenergie berechnen zu können, die sich ergibt aus dem Kanot-Kreisprozess.